So, herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Guten Morgen, mal wieder. Machen wir die Besuchung. Können wir jetzt einigermaßen das lesen, was da auch drauf steht. Äh, ja. Ich begrüße euch an diesem wunderschönen Samstagmorgen zu einem weiteren Stream. Offensichtlich ist niemand da. Das habe ich gerade eben zumindest festgestellt. Das heißt, der Großteil der Bevölkerung ist irgendwie der Meinung, dass man am Samstag dann vielleicht auch mal ausschlafen kann oder so. Ist okay, kann man so machen. Ich für meinen Teil habe irgendwie Lust, mehr oder weniger früh aufzustehen und Spiele zu spielen. In dem Fall ist es dann also Yooka-Laylee, was ich jetzt gleich weitermache. Was auch wirklich sehr schön ist. Weil beim letzten Mal haben wir die fünfte Welt zu einem Großteil abgeschlossen, könnte man so sagen. Und ich versuche da jetzt noch den Rest zu holen und hoffe, dass ich das irgendwie alleine hinbekomme. Also so wie ich mein, ähm, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, dann habe ich beim letzten Mal schon noch ein, zwei Orte erspäht, wo man ganz eventuell noch ein bisschen was einsammeln kann. Und deswegen würde ich gerne mal versuchen, mich dort nochmal ein bisschen umzuschauen. Ah, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen Armbanduhr. Schön, dass du irgendwie den Weg hierher geschafft hast. Ich weiß, es war ein harter und steiniger Weg. Aber trotzdem, ich wünsche dir einen wunderschönen Samstagmorgen. Ja. Also wir haben mittlerweile auch eigentlich genug Pages, um uns mit Capital B anzulegen. Aber ich wäre jetzt schon irgendwie dafür, dass wir zumindest versuchen, auch noch den Rest zu machen. Je nachdem, wie nervig es noch wird. Ich kann es nicht so hundertprozentig abschätzen. Ich habe mir ja sagen lassen, dass es relativ schwierig ist, in diesem Spiel hier die 100% zu holen. Beziehungsweise, dass manche da wirklich so halb am Verzweifeln sind und waren. Bisher waren zwar ein paar Aufgaben dabei, die ein bisschen nerviger waren. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass man die 100% theoretisch holen kann. Wie gesagt, deswegen würde ich es ganz gerne auch probieren wollen. Und mittlerweile, dadurch, dass wir alle Fähigkeiten haben, bin ich der Meinung, sollte das eigentlich auch alles gar nicht mehr so kompliziert und wild sein. Weil ich meine, wir können immerhin das hier machen. Wir können einfach fliegen. Wir können überall hinfliegen, wohin wir auch immer wir wollen. Und das sollte doch die Nonplusultra-Fähigkeit schlechthin sein, um auch wirklich alles zu bekommen. So, die Galeonen-Galaxie. Okay, Moment, wir stellen uns erstmal hier irgendwo hin. Ups. Achso, zur komischen Tonika-Frau können wir dann auch gleich nochmal gehen. Aber vorher rufen wir uns nochmal in Erinnerung, was jetzt tatsächlich gefehlt hat. In dem Fall waren das zwei Pages und zwölf Federn und ein Ghostwriter und die eine Ausdauer-Verlängerungsgeschichte. Jo, okay. Sollte doch irgendwie hinzubekommen sein. Wie gesagt, kurz mal zu der guten Frau hier hingehen. Hallo, du hattest doch ein paar neue Tonika für uns. Da bin ich mir ja doch relativ sicher. Schön, euch zu sehen, Kinder. Wollt ihr euer Tonikum wechseln? Ja, was hast du denn jetzt alles? Kugler, Rollen verbraucht weniger Energie. Kein Schaden, wenn du aus großen Höhen stürzt. Die Energieleiste führt sich schneller. Sammle Federn mit Jukas Echsenpeitsche. Halte unter Wasser den Atem länger an. Mehr Munition aus Bärenbüschen. Spüre, wenn seltene Objekte in der Nähe sind. Spüre, wenn seltene Objekte in der Nähe sind. Das könnte eventuell für die 100% noch total wichtig werden. Du musst selbst herausfinden, wie man es freischaltet. Das sind mir immer die besten Tipps. So, was ist das hier oben noch? Superkracher. Betäube 30 Feinde, um dieses Tonikum freizuschalten. Sammle 10 Pages in Highbury Towers. Aha. Betäube 30 Feinde? Superkracher. Superkracher. Was heißt denn betäuben? Ich glaube, dass ich direkt den Jäger mal anwerfe. Eventuell bringt mir das ja tatsächlich was. Und dann versuche ich mir ganz kurz mal, ist betäuben das, was ich denke, was es ist? Weil dann können wir das so nebenbei dann jetzt auch sofort aufmachen. Es stand ja Superkracher. Also gehe ich davon aus, dass irgendwas mit dieser Fähigkeit hier zu tun hat. Achtung. Ups. Nee. Ups. So. Ja, nee. Ist es jetzt betäuben oder ist es töten? Für mich ist es irgendwie töten. Es ist interessant jedenfalls, dass ich sie töten kann. Obwohl ich... Ja. Obwohl ich sie nicht einmal richtig auch... Nicht einmal richtig treffe. Also, ich mache ja die Schockwelle nachweislich direkt neben ihnen. Das war mir gar nicht so hundertprozentig bewusst, dass das so funktioniert. Okay. Ja. Äh. Ich wollte eigentlich in die Richtung dort gehen. Weil ich die Hoffnung hatte, dass ich mich da noch nicht gut genug umgeguckt hätte. Aber ich sehe eigentlich jetzt schon auf den ersten Blick, dass es ein Trugschluss ist. Also außer direkt auf diesem Gebäude hier ist doch noch was. Was ich mir dann natürlich jetzt noch nicht angeguckt habe. Weil wir uns nur dort drinnen gefunden haben. Oh, das wird jetzt sehr, 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 sehr knapp. Ui. Okay. So, jetzt bin ich hier drauf. Und nun? Nun stellen wir fest. Uh, dass es hier rutschig ist. Rutschig ist. Rutschig ist. Bitte nicht. Uh. Ii. Ah. Zuerst und Weise kann man hier stehen. Ähm. So, ne. Ich hatte die Hoffnung, dass mein Gedächtnis besser ist. Und dass mein Erinnerungsvermögen mich nicht im Stich lassen würde. Und dass das alles schon... Ist hier oben was? Ne. Sieht irgendwie nicht so danach aus. Kann ich hier drauf stehen? Das sieht so cool aus. Kannst du bitte da drauf landen? Oder fällst du hier hindurch? Du fällst knallhart hier durch. Uh. Hi. Ha. Okay. Wieder warten. Ja gut. Ähm. Wenn das jetzt schon mal nicht funktioniert... Wo war ich denn jetzt wirklich noch nicht? Hm. Ja, das ist so das Problem. Weil eigentlich... Ich bin das ja auch relativ systematisch hier durchgegangen. Ich bin der Meinung, ich war eigentlich überall. Neben den Sachen, die mir dort im Statusbildschirm angezeigt wurden. Also die zwei Pages und so weiter und so fort. Was mir da alles noch so fehlt. Ähm. Neben diesen Sachen ist es ja irgendwie auch so, dass theoretisch in jeder Welt noch so ein Kristallschädel versteckt ist. Den wir bislang auch nur in der allerersten Welt gefunden haben. Und der war da auch... Ja, mehr oder weniger knifflig versteckt. Halt in so einer sehr eckigen Nische. Bei der man wahrscheinlich normalerweise nicht gucken geht. Ähm. Aber sowas ähnliches müsste es dann hier ja wahrscheinlich auch geben. Die gibt es in jeder Welt. Weil es gibt auch ein Achievement dafür, wenn man alle fünf eingesammelt hat. Ähm. Also wie fies sind die mit den Verstecken? Das ist so die Frage, die sich mir jetzt hier so ein ganz kleines bisschen stellt. Weil natürlich könnten die irgendwie dazu übergehen, bei all diesen komischen Apparaten. Mal zum Beispiel irgendein Guckloch hier betretbar zu machen. Oder irgendwie sowas in der Art. So, dass man da vielleicht einfach durchfällt und dann in einem neuen Abschnitt landet. Wo man auch tatsächlich was einsammeln kann. Aber ich kann ja jetzt nicht alle diese Gucklöcher überprüfen, oder? Das kann es doch irgendwie auch nicht sein. Da oben das Ding. Vielleicht. Vielleicht gucke ich auch gänzlich falsch. Und das ist nicht weit oben, sondern das ist irgendwo sehr weit unten. Guten Morgen. Taiwass. Ja, sei uns herzlich gegrüßt an diesem Samstagmorgen. So, hier ist irgendwie nix. Nix. Mir geht schon wieder... Die Ausdauer aus, Ausdauer aus, Ausdauer aus. Ih, Ih, Ih. Bitte. Irgendwo, irgendwo. Landen. Mach keinen Scheiß. Danke. Dieser große Meteorit würde mich noch ein bisschen reizen. Dass man sich da noch so ein bisschen umguckt. Dass man da vielleicht irgendwo... Kann man da drauf vielleicht auch stehen oder so? Das wäre auch so ein tolles Versteck. Finde ich persönlich. Ups. Ups, 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 Ups. Wie weit nach oben kommen wir hier? Oh, wir kommen recht weit nach oben. Dafür dürfte der Sturz nach unten. Aber auch sehr, sehr... Tief werden. Ich warte mal kurz. Bap, 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 bap. Ja, Morgenstund hat Gold im Mund, ne? Sage ich dazu nur. Also... so wie gesagt man hat ja eigentlich mehr vom tag sehr schöne normalerweise bin ich eher langschläfer am wochenende aber es ist echt ein gutes gefühl gefühltermaßen etwas am wochenende schafft aufgrund der tatsache dass man einfach mal früher aufgestanden ist gut da oben ist also ja der tod das war offensichtlich schön die hat mich ja wenigstens das da oben mal ein bisschen erkunden lassen können oder oh moment was das denn ich habe da federn übersehen ich habe da jede menge federn übersehen was zum geier warum ich habe mich mit dem ollen boot hier nicht genau genug umgeguckt moment okay dann machen wir das jetzt als nächstes ich dachte eigentlich dass ich da drin ausführlich genug gewesen wäre mit eines der ersten dinge die wir hier gemacht haben so und runter und boot action seid ihr bereit transformation das sollte reichen denke ich mal du steuerst das raumschiff mit okay das habe ich irgendwie begriffen nein lass mich seid ihr nein ich will doch nur meine ruhe haben so wie ging das jetzt hier noch mal so dich so okay beginne zu begreifen so dann viel spaß bei den graffitizeichungen und ich hoffe dass die leute sich darüber freuen aber das werden sie ja wahrscheinlich auch mal tun Es ist immer cool, wenn man sowas machen kann. Das ist ja aber kein Zeichen. Das Einzige, was ich kann, ist Spiele spielen. Na gut, und vielleicht ein, zwei Dinge noch. Aber es passt schon. Ach ja, ja. So. Warum habe ich die Federn übersehen? Ich check's nicht. Oder sind die erst gekommen, nachdem wir das Gebiet vergrößert haben? Das ist doch auch Schwachsinn. Und... Was war dieses... Was war dieses komische Pfeifen? Ist das dieses Zeichen, was kommen soll, wenn man irgendwo etwas übersehen hat? Vielleicht ist hier noch mehr zu holen, als man auf den ersten Blick glauben möchte. Ich habe mich einfach nicht genau genug umgeguckt. Das ist das alles. Naja. So. Piu, piu, piu. Muss man wieder alles kaputt hauen. Aber eigentlich... Also hier drinnen hatten wir ja... Hier drinnen haben wir ziemlich alles gemacht. Hier drinnen war ein Schalter, den ich betätigen musste. Achso. Moment, aber... Hat ich eigentlich den Schalter hier betätigt? Ich weiß gerade nicht mehr. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö. heck, aber natürlich hatte ich den Schalter betätigt. Der ist ja auch schon ausgelöst. Hm. Aber warum... hat er jetzt hier die ganze Zeit so gepfiffen? So, jetzt habe ich hier alles kaputt gemacht und das war der andere Schalter, den wir auch schon betätigt haben, damit konnten wir die Truhe direkt über uns öffnen. Hier ist noch irgendwas, hat das irgendwas mit diesen komischen Blumen oder so zu tun? Konntest Pfeifen jetzt wieder? Erstmal nicht. Hmmm... Du, du, du... Du, du, du... Und go, und go, und go... Bitte Pfeifen nur für mich. Nö. Nix dergleichen. Jetzt fühle ich mich wieder verarscht. Okay. Denn da jetzt... Wir gehen trotzdem gleich als Yuka und Layli nochmal hin. Bobo, 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 Bobo. Guten Morgen, Pewter. Äh, Bobo hatte mir... Ich weiß gar nicht. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Zumindest unter einem meiner YouTube-Videos mal wieder geschrieben. Natürlich mit der Intention, mich irgendwie wieder zu Mario Kart Wii zu überreden. Ähm... Ja. Das ist so viel dazu. Weißt du, das ist... Hm. Das ist schwierig. Ich finde es schön, dass die Begeisterung da anscheinend immer noch da ist. So. Seid ihr bereit zur Transformation? Ja. Aber gerne doch. Hagel.... Ah. Mario Kart Wii und kein Ende. yesterday. 紹介' ich habe mich für dieses äh... cuff� hairstylevergedöns mal angemeldet gehabt, aber ... Ich habe es nie weiter verfolgt. Aber es wird immer noch fleißig gezockt anscheinend. Was sehr cool ist. So. Hier ist nachweislich nichts. Hier drin vielleicht noch etwas. Hätte sein können. Der eine Ghostwriter zum Beispiel. Ja gut. Aber genau in diesem Gebiet war er eigentlich schon ein Ghostwriter. Nämlich hier. Mit dem ich dann wieder so lange herumgealbert habe. Bis mir Faura gesagt hat, wie ich den bekomme. Tja. Irgendwie nicht. So. Wir haben uns mit dem Schiff auch schon hier rundherum umgeguckt. Also eigentlich, das hier ist abgegrast. Das mit den Federn war zwar jetzt cool, dass wir die noch eingesammelt haben. Aber so was. Wie viele fehlen jetzt noch? Sechs Federn. Dann gibt es mal wieder CW-Berichte. Wenn ich mal wieder einen Clan Warp fahre. Vielleicht. Von der Machart her sind meine Bloodborne-Tagebücher eigentlich nicht so viel anders. Eigentlich. Naja gut, okay. Vom Aufwand her vielleicht nochmal ein bisschen geringer. Weil bei den Bloodborne-Tagebüchern da spreche ich frei. Und da habe ich keinen Text vorbereitet. Aber ansonsten. Ist es ähnlich. Sagen wir es mal so. Weil ich auch nur zusammenfassend erzähle, was abgelaufen ist, als ich gespielt habe. Ich finde das eigentlich ein Konzept, was ich auf viele Spiele übertragen lässt. Aber naja. Vielleicht ist es nicht gut, dass ich die ganze Zeit fliege. Weil so auf die Art und Weise übersieht man vielleicht noch eher etwas. Hier waren wir doch zum Beispiel auch schon überall drin. Und... Oh, schnu, schnu. Das ist alles so... Das ist alles so doof. Zwei Pages. Ja, okay, Moment. Kriege ich nicht ein Pagy, wenn ich auch den letzten Ghostwriter einsammle? Also es ist de facto doch eigentlich nur noch ein Pagy, der fehlt. Oder? Ich glaube ja irgendwie schon. Hier drinnen im Schiff war ja nichts Neues. Ich muss mal kurz was gucken. Moment. Da unten war auch kein... Ich glaube, da war kein Ghostwriter. Was bist du denn für einer? Warum bist du denn hier oben? Und warum bist du im Schatten? Und warum bist du weg? Und warum? Und überhaupt und sowieso. Uh. Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ähm. Ups. Ups. Wie es mir diese Betäubung klappen soll, verstehe ich auch nicht. So, hier ist... Nix, 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 nix. Hier sind normale Typen. Hier ist die Feuerfrucht. Damit kann ich alles verbrutzeln. Was furchtbar cool ist. Brauchten wir allerdings nur für das Gehzel weiter oben. Alles irrelevant. Na gut. Können wir direkt wieder rausgehen. Das habe ich doch alles schon gemacht. Ba, 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 ba. Hui. Hallo. Schauen wir in die Augen, Kleins. Ähm. Ja, wenn wir jetzt hier irgendwie nicht weiterkommen, dann bleibt mir ja fast nichts anderes übrig, als dann in die anderen Welten zurückzugehen. Und dann, wenn ich auch da nicht weiterkomme, dann tatsächlich auf eine Komplettlösung zurückzugreifen. Alternative wäre halt, dass ich das Spiel nicht zu 100% abschließe, aber das würde ich ja irgendwie doof finden. Wenn ich mir jetzt schon die Mühe bis hierhin gemacht habe. Aber ob es überhaupt eine gescheite Komplettlösung zu dem Spiel hier geben wird, das ist so die Frage. Insbesondere was die Federn angeht, stelle ich mir das relativ schwierig vor, das so zu beschreiben, dass auch jemand wie ich das versteht, wo die alle zu finden sind. Aber bei GameFAQs.com oder so, da ist bestimmt irgendwo eine gute User-Komplettlösung. Irgendwo. Bei den halbwegs wichtigen Spielen gibt es sowas eigentlich immer. Eigentlich schon. So, hier unten ist auch nichts, ne? Hier waren wir auch. Hier hatte ich auch mich mit den ganzen Leuten so ein bisschen gebalgt und so weiter. Das war alles ganz cool. Hier wächst irgendwie nur komisches Zeug. Das braucht man alles nicht. Habe ich mich beim Schiff schon genauer umgeguckt. Irgendwo gibt es vielleicht noch einen versteckten Eingang, einen zweiten. Wenn man irgendwie links-rechts geradeaus ein bisschen guckt. Was ist eigentlich das hier? Huh! Das ist gar nichts. Oh, hier, das sieht wie er so... Das sieht so verdächtig aus, diese Insel. Warum sieht das so verdächtig aus? Liegt bestimmt nur an mir. Mit diesen Blumen kann man nichts machen. Ah, so. Guten Morgen, Papa Mai Mai. Meine Datenrate ist gerade ein bisschen in die Knie gegangen. Tut mir leid, wenn es geleckt hat. Ich glaube, wir... Also, ich kann nur für mich sprechen, aber ich habe auch wunderbar geschlafen. War ganz gut. Ich hätte noch länger gekonnt. Offen gesagt. Aber, das wäre auf Dauer nicht gut gewesen. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich auch aufgestanden bin. So, der... Hoch, hoch, hoch. Es führt zu nichts, ich glaube. Au. Ich glaube, das können wir vergessen. Ich werde es nicht finden. Gut. Schade. Mega, 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 schade. Dann verlassen wir jetzt erstmal diese Welt. Und... Wir halten im Hinterkopf, dass uns hier ein paar Dinge fehlen. Und früher oder später werden wir sie hoffentlich bekommen und finden. Ich gehe nochmal kurz hier oben gucken. Ob wir sie eigentlich auch blöd sind. Weil wir waren ja auch schon hier drin. Hier hätten wir festgestellt, dass man die Linger kaputt machen kann. Ja, das bringt doch alles auch nix. Ob das jetzt so gut war. Das hat man schon mit dem Schiff kaputt gemacht. Und daran erinnere ich mich so ein bisschen. Okay. Bei Spieletipps steht bestimmt so was wie ihr bekommt alle Federn, indem ihr in verschiedenen Leveln alle Federn einsammelt. Hm. Aber man guckt ja auch nicht bei Spieletipps, wenn man wirklich Spieletipps haben will. Der Name ist ein bisschen irreführend, und ich weiß. Aber mit der Zeit weiß man das. Guten Morgen, Weska. Mein wunderschöner Kater. Ist es wieder soweit für ein bisschen Aufmerksamkeit? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube noch nicht. Wir hatten vorhin erst Aufmerksamkeit, ne? Ja, das ist toll. Dö, 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 dö. Niemand weiß, warum Nimbus' Frau ihn für den Taifun verlassen hat. Ich weiß es auch nicht. Und ich kann ihm da auch nicht helfen. La la la. So. Tja. Ne, das ist meine Tasse. Das ist meine. Diese Katze hat ja... Äh... Oberwelt. Oberwelt. Oberwelt zum Angucken. Oberwelt zum Entdecken. Gibt es hier oben irgendwas? Gab es eigentlich für die Highway Towers irgendwie eine Übersicht, wie viel man hier noch finden kann? Irgendwie nicht. Interessant. Äh, jo. Aber da oben schon? Das sieht so relativ neu aus. Kamera. Ich mach mich nicht fertig. Dieser Durchgang hier. Wo führt der mich hin? Ba, ba, ba. Zeige es mir. Oh, das war gut. Das war ein guter Durchgang. Der mich ein weiteres Tor öffnen lässt. Der mich ein weiteres Tor öffnen lässt. Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Äh, Hilfe. Wow. Äh. Au. Wow. Äh. Höchibu. Nö, alter. Na, toll. Hä? Links, rechts, links, rechts. Okay. Huh. Äh. Huh. Hui. Hui, jubu. Hä? Ich kann übrigens nicht springen, falls es irgendjemand fragen will. Au. Elf. Nein. Äh. Oh, nicht euer Ernst. Sieben. Scheiße. Äh. Okay, dürfen wir gleich nochmal machen. Was für ein Betrug ist das? Njuhu. Gute Sache. Spaßig. Äh. Dann machen wir doch gleich nochmal. Ist doch klar. Gut. Diesmal. Mit ein bisschen mehr, äh, Bedarf aufzupassen. Ist auch nicht anders als die Rutschpartie im Prinzessin Toadstools Zimmer. Super Mario 64. Na, vielleicht ein bisschen anders. Vielleicht ein bisschen komplizierter. Vielleicht ein bisschen gefährlicher. Aber so im Groben und Ganzen ist es eigentlich dasselbe. Es geht ums Rutschen. Oh Gott. Wer denkt sich denn so ein Hindernisparcours aus? Jetzt mal ernsthaft. Ich weiß auch echt nicht, ob es nicht tatsächlich... Oh, das war so knapp. Ob es nicht tatsächlich ein bisschen schneller ist, sich hier und da ein bisschen erwischen zu lassen. Oder ob man wirklich penibel drauf achten sollte, sich halt nicht erwischen zu lassen. So, Schmetterlinge kommt her. Ich brauche euch. Gebt mir eure Power. So. Schnell. So schnell, wie noch nie zuvor ein Chameleon gerutscht ist. Okay, das war super. Links, rechts. Das war so klar. Okay. Jetzt springen würde ich das Ganze wirklich sehr vereinfachen. Nein. Das ist so unfair. Nein, das ist so unfair. Okay. So. Und jetzt. Nein. Kann ich nicht einfach... Nein, ist klar. Okay. Man lässt sich einmal erwischen und dann kann man da einfach durch. Hoppsela. Schnell da. Wow. Punktlandung. Huh. Guten Morgen, Faura. Prima. Du hast dein neues Tonikum freigeschaltet. Komm mich mal besuchen. Heißt das, wir haben jetzt... Wir haben uns das doch vorhin durchgelesen. Da müssten wir ja jetzt 10 Pages hier in den Highbury Towers eingesammelt haben. Damit diese Meldung kommt. Gibt es nur 10 Pages in den Highbury Towers oder gibt es mehr? Dass sie da jetzt sowieso steht. Können wir nochmal kurz gucken. Hi. Hey, Kinder. Hi. Also ich kenne Hey mit I und mit Y. Aber mit I und Y ist ein bisschen ungewöhnlich. Ähm. Ja. Der Boiler. Erhalte zusätzliche Gesundheit von Schmetterlingen. Wir haben also... 10... 10 Pages. In den Highbury Towers. Das ist gut. So. Äh. Was war hier nochmal? Achso, das war der Pustetunnel. Wie und wo und wann und überhaupt und sowieso. Komm jetzt nochmal gescheit zurück. Weil eigentlich will ich jetzt zurück zu... Level 1. So, hier nicht, da nicht, dort nicht, überhaupt nicht. Äh. War hier oben nicht eigentlich... Ja, noch ein anderer Weg, oder? Hier, mit dem man ein bisschen abkürzen konnte. Bin ich der Meinung. Hier ist Level 5. Da ist nix. Ich glaube, direkt rechts neben dem Captain B Tower. Hier war... Ja, das führt zumindest zu Welt 2. Das sollte doch irgendwie machbar sein. Mein Kater will aus von mir. Weiß gar nicht warum. Babababababab. So, Schneewelt. Schneewelt. Machen wir aber erst... Später. Was war das hier? Oh. Wie? Hä? Okay. Das sollte man nicht so machen. Aber ist mir egal. Offensichtlich ging es ja. Das reicht mir. Hier ist Welt 2. Welt 2 ist richtig toll. Wenn man Lust auf Welt 2 hat. Aber hierin hat viel mehr Lust auf Welt 1. Lust auf Welt 1. Lust auf Welt 1. Wenn ich noch wüsste, wo Welt 1 ist. Der hättest du wahrscheinlich schon mal da Rolle reingekommen. Weiß ich nicht. Weil die Rolle hatten wir zu dem Zeitpunkt ja. Kann es sein, dass ich mich irgendwo hätte in Honig verwandeln müssen, um da dann klebrig genug zu sein, um da hochzukommen oder so? Ich glaube, mit einer normalen Rolle wäre es zu glitschig gewesen. Kommt mir jetzt so vage bekannt vor. Wie? 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 Wer denn dann? Kater. Ja. Ich hasse Katzen. Ich hasse sie. Brauche aber schneller. Ich habe es gesagt, bevor er es in den Chat geschrieben hat. Yeah. Das ist so eine Verleumdung und ohnegleichen. Das ist so eine Verleumdung. Eindeutig. Klar. Niemand scheint es mit einer nackten Echse und seiner Fledermausfreundin aufnehmen zu wollen. Tja. Sowas aber auch. Vielleicht sollte sie nicht nackt sein. Warum hört sich das hier so nach Glitzer Glitzer überhaupt an? Ähm. Nur wegen dem Buch, ne? Oder halt, Moment. Moment. Hat man das hier oben eigentlich schon gemacht? Nee, hatten wir noch nicht. Okay. Ups. So. Ihhh. Ja, das hätte ich mir auch denken können, dass es nicht gut geht. Nein. Wie kann man denn nochmal diesen komischen Schild aktivieren? Ach egal. Kommen wir noch so hin. Bap 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 bap. Cooler, 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 cooler. Hui. Äh. Au. 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 Piu. Okay. Äh. Ja. Äh. Gut. Hat funktioniert. Welt 1. Ach ja. Da, 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 da. Schlafen die Nachbarn schon? Haha. Jetzt um diese Uhrzeit doch nicht mehr. Die müssen schon längst wach und, äh, mutterflockig bei irgendwas dabei sein. Alles andere wäre sehr ungewöhnlich. Whisker hat sich jetzt auf meinen Schreibtisch gelegt. Ich glaube, er ist bockig. Das fällt dir ein, um die Uhrzeit schon zu spielen. Das geht überhaupt gar nicht. Du darfst erst nachmittags. Am Vormittag musst du dich um mich kümmern. Machst du ja sonst schließlich nicht. Weil du dann immer auf Arbeit bist. Bap 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 bap. So geht das in einer Tour. Toll. Also. Gucken wir erstmal, was fehlt uns jetzt hier? Spielstand nutzt mir gar nichts. Highbury Towers. Achso, ne, Moment. Hä? Ich kann mal in Highbury Towers gucken. Jetzt haben wir 12 von 20 Pages. Es gibt noch eine Lebensenergieverlängerungsleiste und Energie und bla und, mhm, alles klar. Zumindest die Federn haben wir da alle eingesammelt. Ja, ja. 8 Pages noch. So. 11 Pages. 35 Federn. Und 2 Ghost Rider. Und wir haben nicht mal Rextros Münze hier. Okay. So. Wo ist der Kran? Wo ist der Kran? War nicht. Zum Beispiel. Hier oben ist ein Ghost Rider. So. Da ist was zu essen. Alles klar. Kriegen wir hin. Du, die, du, die, du. Immer schnell nach oben. Immer zackig. Immer flott. Nomm, nomm, nomm. Okay. Den Kollegen hätten wir dann schon mal. Achso. Und der andere. Kann es sein, dass der andere, den wir nicht eingesammelt haben, war der hier im Wald? Ich erinnere mich zu dunkel an eine Stelle. Du, die, du. War das hier? Hihi. 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 Yay. Okay. On pagey. Gut. Dann hätten wir das schon mal. Das ist so ein Fortschritt erkennbar. Finde ich gut. Bab, 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 bab. Hm, hm, hm. Ja, zum Glück können Katzen nicht sprechen. Aber ich glaube, Katzen, das ist auch relativ egal. Ich meine, die sind da ein bisschen hart im Nehmen. Ich meine, ich habe auch schon mehr oder weniger zwangsläufig mal hingeguckt, wenn er auf dem Katzenklo war. Also, das ist jetzt für ihn vielleicht dann auch nicht so doll. Ist wahrscheinlich für jedes Lebewesen nicht so doll, dann irgendwie beim Geschäft machen erwischt zu werden. Da möchte man halt eigentlich eher seine Ruhe haben. Ich meine, da waren noch Federn auf den Ruinen. Ganz oben, wo du nicht rankamst. Also, generell, hier oben, äh, war da nicht was mit so von wegen, äh, Sachen einsammeln und so? Goldene Dingstars? Goldene Dingstars! Okay, cool. Äh, nein? Ja, jetzt müssen wir nur noch einsammeln können. Äh, äh. Ja. Okay. War das jetzt echt alles, was ich tun sollte? Ich dachte, ich müsste hier mehrere einsammeln. Was hattest du mir nochmal gesagt? Na, gut. Ihr seid sicher die Müllmänner. Na ja, eigentlich... Schaut euch an, wie Plankas Dach aussieht. Überall fliegt Müll herum. Und zwar von der schlimmsten Sorte. Ja, aber... Habt ihr eine Ahnung, wie schwer es ist, auf dem heutigen Immobilienmarkt eine alte Dachwohnung loszuwerden? Verdammt schwer. Vor allem mit all diesem Müll. Warum fliegt ihr nicht hoch und räumt den Müll auf? Euer komischer lila Staubsauger hat doch sicher eine lange Verlängerungsschnur. Ja, komm, Lely, lass uns auffräumen. Ja, ich hab so jetzt aufgeräumt. Los, an die Arbeit. Wenn Frau Planker nach Hause kommt und diesen Sauerhaufen sieht, dreht sie durch. Okay. Noch nicht? Muss ich den Rest wirklich noch einsammeln? Oder ist das jetzt... Hat er das jetzt nur so gesagt? Ich bin mir jetzt gerade so ein bisschen unschlüssig. Jetzt ist das so zu kloppt, oder? Wie viele Seiten hier noch rumfliegen? Will ich die tatsächlich noch... Nee. Nee. Ich hab die eine Glitzerseite eingesammelt und das war's. Oder? 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 Hm. Bin ich so überzeugt davon. Frau, muss ich den Kram da noch einsammeln, oder nicht? In dem Fall können wir uns schon mal umgucken. Wo ich jetzt als nächstes hin muss. Ich mag euch nicht besonders. Wisst ihr? Danke für diese Information. Das... Das hab ich jetzt gebraucht. Das war sehr wichtig. Danke. Nee. War das die Fernsehzeitschrift von letzter Woche? Die brauche ich vielleicht noch. Ich glaub, dass das eigentlich war mit der einen Seite. Ja. Ja. Das ist... Blödsinn. Bin ja eben gerade nachweislich durchgeflogen und da ist nichts passiert. Also... Gehen wir mal davon aus, dass es das war. So... Also... Was haben wir denn noch? Kann ich eigentlich auf diesen... Total coolen Berg drauf fliegen. Um hier irgendwelche Dinge zu finden. Also, Moment. Das da hinten, das war das mit Shovel Knight. Das hatten wir schon. Wenn ich hier weiter nach oben gehe... Hier ist bestimmt wieder Game Over. Achtung, du sollst hier nicht sein. Du sollst hier wirklich nicht sein. Bitte geh weg. Das da hinten ist aber noch viel höher. Wow. Wie gigantomanisch das ist. Ich habe aber auch zuerst mit dem Schild gesprochen und dann habe ich die Seite eingesammelt. Ich habe die Quest nicht in der richtigen Reihenfolge absolviert und jetzt wird es auf immer und ewig broken sein. Na toll. Da gehen sie hin, die 100%. Aber dafür kann ich doch nichts. Bei guten Spielen würde ja auf solche Eventualitäten geachtet werden. Und da wird das Spiel ja nicht dafür bestraft, wenn er etwas in der falschen Reihenfolge macht. Unabsichtlich. So, hier oben waren wir glaube ich noch nicht, ne? Ne, ja, genau. Da unten sind nämlich noch ein paar Federn zu sehen. So. Tyrannimo! Wow. Okay. Nein, Whisker, nein. Hm. Ach, Katze. Katze, bitte. Nicht immer mit deinem Hintern. Das Mikro berühren. Das gibt es doch nicht. Ich kann ihm nur nichts geben. Ich kann ihm erst eine Stunde was geben. Ich weiß genau, was er will. Aber es ist noch nicht Zeit. Katze, nein. Das ist toll. Aus dem Grund sollte man dann vielleicht doch eher lieber abends streamen. Weil abends schläft er. Da hat man dann seine Ruhe. Ach, Mann. Unfassbar. Aufmerksamkeitsbedürftig. Gut. So, hier. Das wollten wir haben. Feder, Feder. Feder. Das war jetzt super spektakulär. Vor allem war das noch keine Rextro-Retro-Münze. Rextro-Energy. Sollen die Retro-Münzen nicht eigentlich immer in der Nähe sein? Das heißt, man müsste doch eigentlich davon ausgehen, dass es hier irgendwo, dass es hier irgendwo versteckt ist. Aber ich sehe es nicht. Und das ist jetzt mit ziemlicher Sicherheit kein normaler Weg, mit dem ich weiter beschreiten sollte. Guten Morgen, Kirby-Freak. Katzen schlafen doch immer, oder? Naja, 16 Stunden am Tag. Plus, minus. Kommt dann wahrscheinlich darauf an, wie viel sie, wie viel sie so zu tun haben. Ich könnte mir vorstellen, dass Katzen, die viel draußen unterwegs sind, noch mal ein bisschen weniger schlafen, vielleicht als Katzen, die halt hauptsächlich in der Wohnung wohnen. Das liegt dann halt in der Natur der Dinge. Oh, was das hier hört? Das ist eine sehr, sehr große Mauer. Ich habe irgendwie den Eindruck, diese Flugfähigkeit ist zwar wunderschön und toll in der Theorie, aber in der Praxis sorgt sie eher dafür, dass ich noch mehr verwirrt bin als ohnehin schon. Ich denke mir halt so, ich müsste ja eigentlich alles sehen können. Achso, Moment. War hier im Wasser nicht noch was? Ups. Ähm. Ja, genau. Wie war denn das nochmal? Wie habt ihr euch das vorgestellt? War hier nicht irgendwo ein Schalter oder so? Ah. Guck mal. Aha. Interessant. Ups. Hilfe, ich stecke in Dauerbewegung fest. Das ist schlecht. Ich sehe vor allem nichts. Hey, ich sehe nichts. Kann mal bitte jemand all diese Blasen abstellen? Ich sehe nichts. Wie scheiße war das denn? Mitten in der Zwischensequenz ist meine Blasenfähigkeit weg gewesen und ich habe Luft verloren. Kann ich ja ernst sein. Hä? Also, Moment. Äh, was? Äh, was? Okay, einfach so einsammeln. Das funktioniert scheinbar nicht. Oder ich stelle mich zu düsselig an. Oh, ich stelle mich zu düsseldessen. Oh, ich stelle mich zu düsseldessen. Oh, ich stelle mich zu düsseldessen. Oh, Moment. Da ist ein Schalter. Und Schalter sind meistens zum drücken da. Drücke den Schalter. Drücke den Schalter. So. Jetzt müsste zumindest die Dauerbewegung aufgehört haben. Oh, cool. Hallo, Kollege. Ich sammle dich jetzt ein. Danke. So, ist hier unten noch irgendwas Tolles? Wenn man sowieso schon mal da ist, kann man sich ja umgucken. Aber das sieht alles so aus. Ja, als wäre hier nichts weiter. Tja. Schade. Sie erhalten gar nichts. Dann ist das wohl so. Ups, düdups, düdups. Hui. Okay. Ein weiteres Rätsel gelüftet. Aber wohl jetzt. Was fehlt denn jetzt noch? Spielstand anschauen. Hm. Noch 8 Pages. Und noch 27 Federn. Hm. Hm. Das mit der Rextromünze stört. Für mich. In den anderen Welten haben wir die auch ohne Probleme gefunden. So, ich hab gerade gedacht. Ich hab gerade gedacht, ich hätte hier jemanden stehen sehen. Düp, düdüp. Mit diesen Blumen hatten wir uns schon ausgiebig beschäftigt, ne? Ich weiß partout nicht mehr, was ich mit denen gemacht hab, aber irgendwas... Irgendwas... Irgendwas war damit. Irgendwas haben wir damit gemacht. Waren wir schon auf all diesen komischen schwebenden Inseln? Kurz mal umgucken. Huh. Hi. Ah. Huh. Warum steht ihr denn hier rum? Aha. Also hier waren wir definitiv noch nicht. Hey, seid ihr wegen der Aussicht hier? Nein. Wir sind hier, um... Dich zu holen. Um mich zu befreien, musst du diesen Kurs schaffen, indem du durch die Reifen gleitest. Frag nicht warum, so läuft das eben in dieser Höhe. Viel Glück und schau bloß nicht nach unten. Blips. Okay. Äh. Das ist ja nicht mal auf Zeit. Das ist ja lächerlich. So. Nebenbei noch zwei Dutzend Federn einsammeln. Passt. Düp, düdüp. So. Hier hin, da hin, dorthin. Ah. Düp, düdüp. Könnt ihr noch so viel durch die Gegend ballern, wie ihr wollt. Ihr kriegt mich niemals lebend. Oh. Hoffe ich. Denke ich. Äh. Wo muss ich jetzt hin? Achso. Ja. Was? Wie? Wo? 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 Was zur Hölle? Einen guten Morgen, Machineplay. Ups, Ups, Ups. Schnell nach oben. Das wäre cool. Schnell nach oben. Oh. Ganz leid, dass ich wieder von vorne anfangen muss, weil ich runtergefallen bin. Das Spiel merkt sich das. Das kann im Bereich des Möglichen liegen. Coole Sache. Hey, viel Glück und schau bloß nicht nach unten. Klar doch. Äh, ja. Na gut, was soll's. Ich hatte gehofft, dass noch ein paar mehr Federn kommen. Aber man kann wohl nicht alles haben. Wer hochfliegt, wird tief fallen. Ist es hier zu weit, ja? Für derlei Weisheiten. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Da, pa, da. Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, kommt der Prophet halt zum Berg. Oder so. Ähnlich. So. Hä? 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 Weee! Ich bin... Der Sieger der Herzen! Iha! Komm her! Und dabei sind Heringen ja eher bodenständig. Wem sagst du das? Total bodenständig. Äh, bobb, bobb, bobb. So. Die ist alles abgeklappert. Aber das war doch noch nicht alles. Nein. Hier ist doch bestimmt noch ganz viel Zeug überall versteckt. So, hier ist... Achso, das war das. Das hatten wir schon gemacht. Daran erinnere ich mich. Das war... Total cool. So. Was haben wir hier? Könnte so sein, dass wir das hier auch schon mal gemacht haben. Aber ich erinnere mich offen gesagt nicht dran. Aber eigentlich... Ziemlich gut sein. Oh, Ben. Oh, Ben. Oh, Ben. Oder? Kurz nochmal dort... ...hoben schauen. Ob hier irgendwas ist. Verstecktermaßen. Nein. 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 Bringt es irgendwas, wenn ich dort jetzt reinlaufe. Bin ich jetzt da drin oder ist es nur eine Abkürzung zu irgendwas? Es ist nur eine Abkürzung von irgendwo. Ja. Ja. Ja, jetzt sind wir nur hier. Alles klar. Na gut, wir können noch kurz... ...schauen. Da ich... Ne, achso. Das war nicht das. Alles klar. So. Flugfähigkeit auspacken. Weiter nach oben, bitte. Nicht nur diese Etage nach oben. Sondern... ...jetzt mal ganz nach oben. So. Wupp, 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 wupp. Okay. Also, hier sind Fehlern. Hier war ich noch nicht. Da ist ein Pagy. Hier war ich auch noch nicht. Da ist eine komische Kanone. Da war ich auch noch nicht. Wie soll man hier normalerweise eigentlich hinkommen? Das ist... Ich weiß gerade nicht, ob das so gut ist, dass ich jetzt so viel abgekürzt habe. Okay. Ah. Ah ja. Da ist der Aufstieg hier schon mal belohnt. So. Hier kann man theoretisch durchfallen. Will ich das? Ich glaube nicht. Ich mach's trotzdem. Uh. Hi. Haha. Feder. Feder. Höhle. Mehr Federn. Das ist schon wieder diese ständige Pfeifen. Was soll mir das jetzt sagen? Mehr Federn. Geh weg, geh weg, geh weg. Danke. Aha, aha. Okay. Das ist ja strange. Da, 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 da. Entschuldigung. Huh. Wie kommt man denn an dich ran? Huh. Nicht so. Ähm. Ah. Nee. Ich mein, ja, aber... Hallo? Hallo? Äh, hallo, Peggy. Wir sind hier, um dich einzusammeln. Wäre es möglich, dass du da rausrutschst? Aha. Ich bin nie auf die Idee gekommen, das zu versuchen. Ich werd's mal probieren. Tut mir leid, ich hab mein Bestes gegeben. Offensichtlich. Versuch's mal seitwärts, du beknacktes Sammelobjekt. Nein, es ist unmöglich. Aber ihr habt die windige Herausforderung bestanden. Also wird sich dieser Käfig jeden Moment öffnen. Hm. Alles klar. Jo. Genau. Kartus, Kartus. Ich war hier nicht weitergegangen, weil ich mich noch nicht in, äh, Kanonenkugel verwandeln konnte. Also, in eine, in ein Chamäleon mit Kanonenkugel Erdanziehungskraft. Das war's. Und danke. Danke, danke, danke. Lalalala. Hm. So. Wie sieht's mit dir aus? Du redest nicht mit mir. Das ist doof. Redest du mit mir? Da schläft jemand. Kennen wir dich? Hallo, ich bin Blastui. Hahaha. Vielleicht kennt ihr meinen Bruder Blasto? Er hat eine große Klappe und liebt Kanonenkugeln zum Tee. Wie dem auch sei, da ihr gerade vorbeikommt, könntet ihr mir einen Gefallen tun? Seht ihr meine vier Freunde da drüben? Sie haben heute Geburtstag. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, die Geschenke zu liefern. Sie sehen nicht besonders freundlich aus. Ich glaube, einer von ihnen hatte gerade die Zunge herausgestreckt. Nein, nein, wir sind beste Freunde. Könnt ihr mir bitte einen kleinen Klaps auf den Rücken geben, damit ich diese wundervollen Geschenke abliefern kann? Ja. Klar, Blastui. Wir helfen gern. Hervorragend. Könnt ihr mir bitte einen kleinen Klaps auf den Rücken geben, damit ich diese wundervollen Geschenke abliefern kann? Das ist schon so einer, der sich auch manchmal ein bisschen wiederholt. Ein Klaps auf den Rücken. Rums. 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 Habt ihr das gesehen, meine? Bla. Wumms. Das ist das letzte Mal, dass sie sich über mich lustig machen. Oh. Lass uns verschwinden, Yuka. Der Typ ist nicht ganz dicht. Ich habe übrigens wirklich ein Geschenk hier oben. Es ist da drüben, falls ihr es wollt. Wir werden es finden, Blastui. Und wünschen dir noch einen entspannenden Tag. Vielen Dank. Vielen Dank. Für das Pai-G. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Als er Blastui gesagt hat und als dann dieser komische Vogel da rauskam. Ich weiß nicht. Es war halt so. Ich muss sofort an Banjo-Kazooie denken. Aber. Naja. So. Das hier wäre der normale Weg gewesen. Hier hätte man Feder eingesammelt. Und hier hätte man. Aha. Alles klar. Interessant. Ja. Und dann wäre man so. Und dann hätte man hier so geguckt. Und dann hätte man festgestellt. Oh. Hier ist ja gar nichts mehr. Und dann wäre man da oben hingegangen. Und dann hätte man die Ausdauerverlängerung bekommen. Und dann wäre man froh und glücklich gewesen. Alles klar. Ähm. So. 14 Federn. 5 Pages. Habe ich 15 Federn gesagt? Ich meine 14. Ähm. 14 Federn. 5 Pages. Rextro. Wo bekomme ich die olle Rextromünze her? Die muss doch irgendwo. Die muss doch irgendwo sein. Muss das doch. Das kann doch nicht wahr sein. Habe ich mich jetzt hier bei diesem Turm wirklich gut genug umgeguckt? Wir haben uns die ganzen Plattformen angeschaut. Das hinten war nur der Endgegner. Hm. Auf den ersten Blick muss ich sagen, ja. Aber. Auf den zweiten Blick. Könnte ich auch sehr sehr viele Dinge sehr toll übersehen haben. Au. Das hat weh getan. Vielleicht soll ich mir doch mal das Turnikum gegen Fallschaden holen. Da ich jetzt mittlerweile so viel durch die Gegend fliege. Würde das... Schrecklich viel Sinn ergeben. Du bist der Wolken, Heini. Brauche ich dich noch für irgendwas. Kannst du mit deiner Wolkenfähigkeit irgendetwas so herrichten? Ich weiß es nicht. Bringt gar nichts, ihn jetzt anzufeuern. Weil wir haben schon den Feuerzustand. Hoppsela. Ist ja alles trocken. Ja. Gut, gut. Auf zu Rextro ist ein guter Hinweis. Oder ein guter Ratschlag. Aber wie gesagt, ist halt so... Ohne seine Münze... ...komme ich da nicht wirklich weiter. Kann ich hier durchs Blätterdach fliegen? Ich kann mich auf die Blätter draufstellen. Das kann ja nicht wahr sein. Irgendwo hier... Das muss doch hier irgendwo in der Nähe sein. Hat das irgendwas mit diesen Plattformen hier zu tun? Habe ich mich hier in diesem komischen Kanal noch nicht genau umgeguckt. Ist hier irgendwo... Ist hier irgendwo vielleicht zufälligerweise so ein Durchgang? Oder so eine Vertiefung? So eine Vertiefung? Wo die olle Münze drin steckt? Wo die olle Münze drin steckt? Antwort ja. Hey! Cool! Na gut. Interessante Frage ist, könnte sich hier noch etwas ergeben, wenn das mit Wasser gefüllt ist? Ne, sieht nicht so aus. Weil es hier nicht nach oben geht. Weil es hier nicht nach oben geht. So. Na? Habt ihr auch wieder Lust auf ein total tolles Rextro-Spiel? Ich hab so richtig Lust. Komm her. Wir haben eine Spielmünze, Rextro. Oh gut. Geh zu Spielautomaten und drücke X. Wenn du das Spiel schaffst, gibt Rextro Spezialgewinn. Yeah, Spezialgewinn. Oh nein, Freunde, keine Leben mehr. Aber kein Zurücksetzen nötig. Neuer Versuch kostenfrei. Möchten Freunde wieder spielen? Wieso wieder? Wir haben da noch gar nicht. Hä? Was will der von mir? Rextro ist komisch. Rennen über 5 Runden. Schnappt ihr Power-Ups, schießt auf Dinge, erreicht ihr die schnellste Zeit. Fahren, schießen. Also, fahren, ausweichen, kaputt machen. Das sind nur drei Dinge, die man in Hindernisrennen so macht. Rextro erinnert sich nicht an andere Dinge. Ja, dann fahre ich und schieße ich mal. Er will dich abzocken. Offensichtlich. Das wollen sie doch alle. Okay. Ich muss erstmal den Kuss lernen. Keine Ahnung, was muss ich jetzt hier machen? Dupdi Dupdi Dup. Wee. Wer ist das? Tempo Boost. Mhm. Ja, das war sehr... Das war sehr boostig. Ich finde es süß, dass da oben links First steht. Ich bin noch einziger, der hier fährt. So, das hier ist theoretisch eine... Bäh! Abkürzung. Jo, theoretisch. Alles klar. Ist also die Frage, ob man sie nehmen will oder nicht. Wie sieht eigentlich das Schießen aus? So sieht das Schießen aus. Piu Piu. Okay. Bringt ja viel. Tempo Boost. Jo. Mhm. Du 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 du. Also bis hierhin... Ist halt so, naja... Ist halt so die Frage, was für ne... Vielleicht muss man tatsächlich dann doch irgendeine Zeit schaffen oder so. Mirks Scheint jetzt erstmal noch okay zu sein La 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 Ach das First ist für den Multiplayer Das ergibt Sinn Och komm Kartos So Letzte Runde Gibt nochmal alles Der erste Versuch Werden also knapp Zweieinhalb Minuten oder so Für Fünf Runden Na gut Wow Freunde Spiel gewonnen Deine Dinosaurier Spiele sind ziemlich leicht Bitte wartet während Drextro Spielstand auf Floppy speichert Auf was bitte? Versucht Spiel gerne nochmal Wenn Freunde Highscore schlagen Gibt Drextro noch einen Preis Möchten Freunde wieder spielen? Ja Geht's wundermassen So wo ist der Highscore? Ich hoffe fünf Runden in einer Minute Nee Zwei Minuten dreißig Ja also das was ich eben gerade doch gemacht habe oder? Oder? Ich glaube schon Gut Ich fahre einfach so wie eben Und hoffe auf das Beste Vielleicht versuchen ein bisschen weniger erwischen zu lassen Oder so von den komischen Flammensäulen Ja Und dem ganzen Kram Äh Hab ich den Rest würde jetzt so Beibehalten La 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 Das ist ein cooler Parcours Yo Den man da so fahren kann Ja Ja Ah ist sehr herrlich Tempo Boost You got Boost Power Ich finde es ein bisschen irritierend Dass nicht mal ein Geräusch kommt Wenn man Eine Runde geschafft hat Weiß nicht Mir fehlt da irgendwie was Ich finde es nur so ein komischer Ansager wäre Wie bei Diddy Kong Racing Lab 2 Final Lab Ja Ja Muss ja nicht ne Man kann ja auch ein bisschen gemütlich fahren Alles in Ordnung So und jetzt habe ich Theoretisch noch 40 Sekunden Tempo Boost Ich glaube wir haben es 2 Minuten 11 2 Minuten 11 La 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 Wow Rextro kann nicht glauben Dass ihr Highscore geknackt Jetzt Freunde kriegen Ultimativen Preis 3 Buchstaben Eintrag In Automatenbestenliste Äh Bitte Freunde Schreibt humorvolle Namen für Bestenliste Auf goldenes Stück Papier Geht klar Rextro Äh Wir bringen das gleich wieder Im Ernst Wie hat er das HD-Zeitalter überlebt? Möchten Freunde wieder spielen? Nein Das war so spannend Ne Das war vor allem relativ simpel Irgendwie Keine Ahnung Im Vergleich zumindest mit den anderen Arcade Sachen So Das geht Das war jetzt Das war jetzt schmale Kost für den Geldbeutel 3 Pages 14 Federn Wo? 3 Pages 14 Federn Wo? Er fragte wo Und er bekam Keine Antwort 3 Pages 14 Federn Da oben Das haben wir schon Hier bei dem komischen Tempel Haben wir uns doch eigentlich auch überall umgeguckt Achso Moment Können wir hier unten eigentlich noch irgendwas machen? Ups Ups Das wäre eigentlich auch ein cooles Versteck für irgendwas gewesen Eigentlich Dann warum bauen die das so zurecht werden? Aber ist egal Hier ist sonst nichts zu sehen Nichts zu holen Nichts zu tun War hier unten noch irgendwas? War hier unten noch irgendwas? Ui Ne Kann sein das hier auch ein Pagy war Weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau War hier noch irgendwas mit den Schweinchen? Die in dieser Welt herumstanden? Hatten wir allen Schweinchen geholfen? Weil es Oh net Ist halt eben gerade wieder so gepfiffen Ich weiß nicht genau Ob das Ob mir das irgendwas sagen sollte Hm Vielleicht soll man das irgendwas sagen Aber Ah Moment Oh Da oben Gucke mal Warum sind denn hier oben viele? Okay Das ist ja schön und schnucklig Ähm Den fehlen uns jetzt noch 10 glaube ich Ne 10 ist eine gute Anzahl 10 ist eine wirklich Wirklich gute Anzahl So Puh Oh das Stream läuft noch Bin wieder wach Das ist cool Ähm Und guten Morgen Tag Nippel Die Schweinequest war noch nicht fertig Diese Schweine Boah die Queste einfach noch nicht fertig Unglaublich Aber dann kümmern wir uns gleich Um die Schweinerei War hier noch irgendwas? Nö Das weiß ich natürlich nur nicht mehr Wo die Schweinchen waren Ich kann mich eigentlich nur an das eine Schweinchen im Wald erinnern Aber Aus den anderen Welten wissen wir ja Dass durchaus mehr Schweine auftauchen können Die auch überall da rumstehen können Deswegen wäre es wahrscheinlich gut die zu suchen Wahrscheinlich wär das gut Da 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 Ui Schweinchen 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 Du musst hier sein Schweinchen Du bist hier So Was war dein Problem? Mampf Mampf Guten Tag Jungkrieger Ich wette du hast einen Namen Der irgendwie mit Gewicht zu tun hat Sag wie heißt du? Mampf Mampf Man nennt mich Sir Skowsalot Ich bin ein stolzer Ritter von Hamelot Ich wusste es Gut dann berichte uns mal von deiner kühnen Schatzquest Wahrhaft Ritterkameraden Kühne Jagd Heilige Schatzplatz Das große Ampo Aus Sicherheitsgründen haben wir unsere Suche Auf vier verschiedenen Orte aufgeteilt Ich fühle mich allerdings zur Zeit ein wenig zu überlastet Würdet ihr mir helfen Meine Ritterkameraden Und den Schatz zu finden? Ja Keine Bange Wir werden dir helfen Hervorragend Mein erster Ritter ist ganz in der Nähe Erlaubt mir euch einen Hinweis zu geben Meine Füße sind nass Doch nicht in Sorge versinken Ich werde in Firmi Statt schon nicht ertrinken Alles klar Achso Hier ging es darum Die Schweinchen zu finden Okay Das war quasi die Schnitzeljagd Ahaha Ah Gott Ähm So War das nicht irgendwo Hier? Da Tatsächlich Bo 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 Okay Geht weiter Hier gibt es nichts zu sehen Hallo Sir Skovsalot hat uns entsandt Um dich ausfindig zu machen Es geht um meine Schatzsuche Lutzalots Beute geht euch nichts an Lasst die Finger davon Ich werde euch ein paar Hinweise geben Wo mein Partner ist Aber mehr auch nicht Keine Hinweise mehr Kannst du uns nicht einfach zeigen wo er ist? Natürlich nicht Das wäre viel zu leicht Hier ist der Hinweis Im Krieg zieht er den Bogen hervor Bei der Insel mit einem Highscore Den hatte ich schon nicht gefunden oder? Im Krieg zieht er den Bogen hervor Bei der Insel mit einem Highscore Welche Insel hat ein Highscore? Bei der Insel mit einem Highscore? Rextro? Keine Ahnung Zieht einen Bogen hervor Highscore Hallo Rextro Oh du mein Rextro Fein Sag mir wo ist das Schwein? Ich suche es gar immer da Es ist aber nicht anwesend Faller Gut Das ist wohl nicht gemeint Hm So ein Schwein sollte man auch sehen können oder? Aus Großer Höhe auch Denke ich mir so Aua das hat Blöd Das hier hat man schon gemacht Kann ich nicht mehr aktivieren Insel mit Highscore War das irgendwo weit oben? Insel Insel Der Begriff Insel macht mich Fertig Was ist für die jetzt alle Interessant ist eine Insel hier? Sind solche Gebilde hier Inseln? Oder Oder Ist etwas gätzliche anderes damit gemeint? Insel mit einem Highscore? Bei Katos? Bei Katos? Ist es die erste Welt? Ja Wir sind gerade beim Vervollständigen Kompletieren Beim Verzweifeln Hier ist nirgendwo ein Schwein Wie kann das denn nur hier sein? Hui Oh Ich möchte doch nur ein Schwein haben Ich möchte doch nur ein Schwein haben Ich lasse ihn mal regnen Weil wir dann ein bisschen mehr Wasser unten haben Wobei ich mich dann vielleicht ab und zu auch mal ein bisschen besser fallen lassen kann Die Ausdünstung lief direkt durch Nimbo hindurch So sieht es aus Danke Nimbo Wir haben uns bald wieder Insel mit einem Reißen Ich habe den ersten Teil in unserem Text auch schon wieder vergessen Vielleicht war das ein bisschen Ein viel besserer Hinweis Den Bogenhaini haben wir ja schon mal gesehen Mindestens In der Galaxiewelt Das heißt theoretisch habe ich auch ein ungefähres Bild vor Augen Nach was ich hier suche Aber Mein Gott das ist ein Schwein Das wird man schon irgendwie wieder Irgendwie wieder erkennen Ja Okay Dupdi Dup Ähm Bleibt es gespeichert Also hier ist immer noch das Bogenschwein Oder Ich gehe noch mal kurz zum Kameraden hin Aber eigentlich müsste es ja gespeichert bleiben Oh Schon vergessen Nix als Stroh Im Krieg zieht er den Bogen hervor Bei der Insel mit einem Highscore Im Krieg zieht er den Bogen hervor Insel mit Highscore Ich weiß doch nicht Das ist so lange her, dass ich hier alles gemacht habe Wo gab es denn einen Highscore Das kann doch nur das sein Bei der Insel mit Highscore Es kann nur um Rexdro gehen Ah Schwein Schwein muss man haben Hallo Bist du einer der Ritter von Hamelot? Ich? Nein, überhaupt nicht Ich bin ein Ein Vogelbeobachter Ein stinknormaler Vogelbeobachter Naja Einer der Charaktere auf dieser Insel ist ein Ritter Und der Dinosaurier ist es bestimmt nicht Okay, ihr habt mich durchschaut Ich bin Sir Shootsalot Ritter von Hamelot Deine Rüstung hat dich ein bisschen verraten Gut, gib uns deinen Hinweis Ach ja, der Schatz Dort wo die Weltenrampe sich biegt Erkundet die Gruft Die darunter ist Liegt Meinst du liegt? Das würde sich reimen, wie bei den anderen Hinweisen Pah, wusste ich doch, dass ich etwas Wichtiges vergessen hatte Wenn ihr mich das nächste Mal fragt, werde ich mich mehr anstrengen Ich frage dich wieder Okay, ich versuch's nochmal Dort wo die Weltenrampe sich biegt Erkundet die Gruft die darunter Pah Die Weltenrampe Was für eine Weltenrampe 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 Biegen Dort wo die Weltenrampe sich biegt Erkundet die Gruft die darunter Das da ist eine Rampe Ist das die Weltenrampe? Das hat schon wieder so Das macht schon wieder komische Geräusche hier Warum gibt's hier schon wieder komische Geräusche? Dufti 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 Gibt's hier irgendwo was zu holen War ich schon da drin? Was ist das? Dufti 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 Rampus Schatzkammer Oh Upsi Ja ne Das War jetzt Mehr Glück als Verstand Hi Es gehört mir Alles gehört mir Lady Lea Palot Kriegt heute Abend Steak und Hummer Hallo Wir wurden von den anderen Rittern von Hamelot hergeleitet Wir sind hier um unseren Schatz einzusammeln Also her damit Welchen Schatz? Etwa den hier? Der ist äh gefälscht Von vorne bis hinten Alles nur Holz Sir Scoffsalot war überzeugt Dass wir hier einen Pagey finden würden Ach das alte Ding? Das Stück Papier mit dem albernen Grinsen? Nehmt was ihr tragen könnt Leute Mir bedeutet das nichts Dankeschön Die Chaos Emirates Ja hier stimmt Hier sind die Chaos Emirates verteilt Ach hier lagen sie die ganze Zeit rum Naja gut Es ist wie es ist So Acht Federn Acht Und zwei Pages Und zwei Pages Acht Federn und zwei Pages Das ist jetzt irgendwie doof Was muss ich denn jetzt tun? Da haben wir schon geguckt Da haben wir schon geguckt Da war nur der olle Schädel Ich hasse sowas immer in solchen Spielen Wenn man mit der Meinung ist, dass man eigentlich überall war Und dann nur noch so wenig Dinge fehlen Der Kram könnte jetzt überall sein Hatten wir noch irgendwelche Aufgaben übrig? Irgendwas was wir noch nicht erledigt haben? Ich weiss nicht Ich weiss nicht Ich würd's auch nicht nie finden, weil der Level Design nicht gewohnt ist Aah Dido Wir haben jetzt schon umgeguckt Das haben wir glaube ich irgendeine Lebensenergieverlängerung oder irgendwie sowas in der Art Äh Häh Ist hier unten noch irgendwas Das sind so tolle Verstecke um irgendwelche Federn zu platzieren Und ihr platziert keine Federn hier Ich verstehe nicht warum Wenn ich Level Designer wäre, ne? Dann hätte ich euch aber hier den ganzen Level mit Federn voll gehauen, die ihr hättet finden können So sieht's nämlich aus So sieht's nämlich aus Hm Habt ihr noch irgendeinen Tipp? Also irgendeine Ecke Wo ich vielleicht mal gucken sollte oder so Wüsstet ihr da was? Das täte mir jetzt sehr helfen Weil so richtig Weiß ich's jetzt grad nicht Kommt Flashback zu Mario Odyssey mit den lila Münzen Ja, so ähnlich Weil ich Oder Mario Sunshine mit den blauen Münzen Ähh Ähh Du-du-du-du Das hatten wir hier schon gemacht Der Tempel des Duke Kann ich eigentlich Ja, kann ich, aber hier ist nichts Schade, wäre eigentlich auch ein schönes Versteck gewesen Na ja, dann höre ich Direkt hinter den Säulen Das wäre eigentlich cool Jo Das komische Rennen hatten wir schon gemacht Das hatten wir doch sowieso schon zweimal abgeschlossen Bin mir fast sicher So War hier in der Mitte noch irgendwas? Hatte ich hier irgendwann Aufgegeben Irgendwas einzusammeln, weil ich mir gedacht habe Ah ja, irgendwann lerne ich schon etwas fliegen Das wird dann schon Das war auch mit ziemlicher Sicherheit so Aber die anderen Sachen habe ich halt trotzdem nicht schon geholt Gibt es von der Tonic Lady Irgendwas zum Finden von Federn? Nicht so weit ich vorhin gelesen habe Und das einzige Was mir eventuell helfen könnte Das habe ich jetzt eigentlich schon drin Willkommen zurück Habba dabba dab Und so weiter So Ich habe den Jäger drin Spüre, wenn seltene Objekte in der Nähe sind Davon habe ich so richtig noch nichts gemerkt Ich kann nur mutmaßen Dass dieses komische Lachen Oder was auch immer das ist Was man ab und zu mal hört Dass das damit zu tun hat So Superkracher Nö Kuckuck Nö Schmetter 3 Nö Athlet Nö Helium Nö 64 Bit Nö Hosen Nö Halt unter Wasser länger an Mehr Munition Nö 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 Irgendwie nicht Irgendwie Ja nicht Das Pfeifen kommt vom Jäger Ja Okay Ich meine etwas Der hat dann ja auch einen ganz guten Radius Sag ich mal Weil der hat mich dann ja auch zu der komischen Höhle Dort hinten geführt Ja Also richtig weiß keiner von euch Jetzt Ne Wo ich eventuell noch So Dass Jetzt was machen könnte Das ist nicht gut Hopp Oh Wow Da oben bei dem Endgegner waren wir aber schon Hier fehlen ja auch noch zwei Pages Such erstmal die Ja Das läuft irgendwie auf dasselbe hinaus Weil ich mich ja einfach jetzt die ganze Zeit hier im Level umschaue Und gucke Wo ich eventuell noch was übersehen haben könnte Aber ich finde ja weder das eine noch das andere Und mir fällt jetzt aus dem Stehgreif auch keine Aufgabe ein Die ich halt links liegen gelassen habe Wo also noch ein Pagy zu bekommen wäre Ich hätte einen Tipp wenn du ihn willst Ja bitte Du darfst mir an der Stelle jetzt gerne einen Tipp geben Ich habe ja auch schon danach gefragt Das ist mein Wasserfall hinten Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus Aber nur ein bisschen Das stimmt Ob die Inseln waren wir Wo In zweitem Sinn Noch mal mit Shovel Knight unterhalten Keine Ahnung Hier ist jedenfalls auch nix War da nicht irgendwo ein Überwachungssystem im Level? Das hier. Aber da haben wir den Pagey schon, oder was meinst du? Gibt es noch ein anderes? Gibt es noch ein anderes? Gibt es noch ein anderes? Das haben wir auch schon gemacht. Okay, zweiter Tipp. Es ist drinnen. Es ist drinnen. Gab es hier bei der Tempelanlage einen zweiten Eingang? Oder wie? Und jetzt findet dieses drinnen. Achso, ne Moment. Moment, Moment, Moment. Bei dem komischen Turm, oder? Ich glaube, da war doch irgendwas, eine Überwachungskamera, wo man sich hätte unsichtbar machen müssen. Was ich aber noch nicht machen konnte, weil ich ja noch nicht die Fähigkeit dafür hatte. Aha! Aha! Ich bin so gut. Also, Faura ist auch gut. Aber ich bin so gut. So. Flupp. Aha! Aha! Wo muss ich hin? Okay, Moment. Aha. Aha. Flammenfertig. Aha! Federn. Aha! Okay. So. Kurz so machen. Kurz Feuer schnabulieren. Kurz weggehen. Eis, Eis, Baby. Federn. Du-di-dup, du-di-dup. Oh. Kann man noch ein bisschen was kaputt machen? Achso. Ja. Ich hatte noch die Feuerfähigkeit. Äh, so. Hier kann man sich auch noch umgucken. Mhm, 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 mhm. Aha, aha, aha. Moment. Das geht nur mit Feuer, oder? Das... Ne. So eher nicht. Lalalala. So, laufen, 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 laufen. Huh. Achso, hä? Okay. Wir sind keine Eisblöcke. Das sind... Ich brauche hier eine andere Fähigkeit. Haha. Okay, alles klar. Ich brauche hier Granaten. Damit das funktioniert. Ups. Jo, das war sehr intelligent. Überallermaßen war das intelligent. Wow, wow, wow. So. Mehr Federn. Okay, so. Dahinten ist die. Granatenfähigkeit, Fähigkeit, Fähigkeit, Fähigkeit. Au. Flup. Flup. Okay. Geht doch rein, lass. Opsala. Okay. Piu, 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 piu. Huh. Na? Ah. Okay. Und dann hier? Das Eis wird bestimmt auch für irgendwas gut sein. Deswegen... Oh. Nehmen wir es mit, wollte ich gerade sagen. Äh. Ja. Kann das sein, dass wir jetzt alle Federn hier gesammelt haben. Das kann sehr gut sein. Ach, scheiße. Mann. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist so. Mann. Gut. Können wir gleich nochmal machen. Lalalala. So. Oh. Nicht gut. Energie. Bitte. Schnell. Ganz schnell. Ganz schnell. Furchtbar schnell. Cool. Hä? Okay, Moment. Wie stellt ihr euch das jetzt genau vor? Das checke ich jetzt noch nicht so richtig. Kann ich das von hier aus machen? Soll man vielleicht von... Achso. Moment. Hä? Bluh, 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 bluh. Ah. So soll man. Ja, wenn man jetzt noch zielen könnte. Okay. Weil die Dinger soll man... Achso. Die muss man wieder sprengen. Glaube ich. Rutsch, rutsch. Durchgang offen. Durchgangs offen. Durchgangs offen. Lalalala. Höh. 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 Und Pagy. Oh mein Gott. 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 Spielstart. Stammblocktropen. Wir haben alles. Huh. Vielen Dank, Faurer. Vielen Dank. Dank deiner Hilfe haben wir jetzt alles kompletieren können. Das war mir jetzt gar nicht mehr so richtig bewusst, dass man auch für das Sammeln aller Federn ein Pagy bekommt. Und das erklärt er natürlich auch, warum in der Galeonengalaxie noch zwei fehlen. Ja gut, ne. Hä? Also. Das eine Pagy bekommen wir dafür, dass wir dann den roten Ghostwriter noch finden. Und das andere Pagy für die letzten sechs Federn, die ich irgendwo verdödelt habe. Na geil. Okay. Das ist ja mal schön. Und wir haben auch den komischen Glitzerkristall, äh Quatsch, den Kristallschädel hier eingesammelt. Denn wenn wir uns erinnern und uns mal die Trophäensammlung angucken. Irgendwo hier unten wird einem das angezeigt. Hier. Finde ein Objekt des Piratenschatzes. Das war der Kristallschädel, den wir hier eingesammelt haben. So. Und das sind auch die beiden anderen Trophäen hier. Also ich glaube das hier ist, ich finde drei Objekte des Piratenschatzes. Genau. Und hier dann finde alle fünf Objekte des Piratenschatzes. Das heißt in jeder Welt müssen wir noch so einen komischen Piratenschatz finden. Ähm. Einfacher Vandalismus. Schände den Götzen. Was ist eigentlich damit gemeint? Weiß das jemand? Dann würde ich die Trophäe dann nämlich auch noch holen. Bei Götze hätte ich nämlich sofort gedacht, dass das auch irgendwas mit hier mit den Stammblock Tropen zu tun hat. Aber ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Sonst gucke ich das ganz schnell nach. Einfach damit wir sie haben. Die Olle Trophäe. Die Dumm, die Dumm. Ist jetzt auch gleich Zeit für Wesker. Im Moment fällt mir auch nichts ein. Ähm. Schände den Götzen. Jukka. Leili. Brr. 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 heißt einfacher Vandalismus. Um die Trophäe zu erhalten, müsst ihr die Nase von dem Götzen schlagen. Was denn für ein Götze? Hier ein Video dazu. Gut, guck ich mir jetzt das olle Video an. Kann sein, dass es jetzt laut wird. Ich habe das olle jetzt ausgemacht. Es ist nicht in Stammblocktropen, so wie es aussieht. Okay, und der Spieler, der dieses Tutorial-Video gemacht hat, der kann offensichtlich nicht spielen. Okay, das war jetzt... Das war jetzt interessant, weil er mir jetzt etwas gezeigt hat, was ich gar nicht sehen wollte. Okay. Aber gut zu wissen. Ich wollte einfach nur das eine beantwortet haben. Warum ist das Video jetzt so scheiß lang? Ach so. Ach so. Ach so. Eieiei, ist aber ein bisschen... Eieiei, ist aber ein bisschen... Naja. Ein bisschen irreführend. Finde ich. Aber gut. Wer bin ich schon? Ich möchte jetzt hier einfach abhauen. Das wäre furchtbar cool. Einfach zu gehen. Lalalala. Lalalala. Uh. Nett, nett, nett. Warum wohl viele Trophäen in einem in diesem Video? Ja. Das eine hat eigentlich nur bedingt, was mit einer Trophäe zu tun, bin ich der Meinung. Aber... Okay, nee, kann sein, dass... Ach, ist ja... Lalalala. Da ich es jetzt gesehen habe, kann ich es schlecht so tun, als ob ich es nicht gesehen hätte. Deswegen machen wir das dann auch gleich einfach nochmal. Und dann tue ich einfach so, als... hätte ich es selber gefunden. Ja. Okami bestellt. Okami ist toll. Glaube ich. Habe es nur zwei Stunden gespielt. Aber ich glaube, es ist toll. Ich muss meinen Kater gleich was zu essen geben. Und ich bin überlegen, ob ich es dann weiter streame oder nicht. Weil es ist wieder so... Weiß ich nicht. Jetzt haben wir die erste Welt abgeschlossen. So eigentlich ganz schick. So ein bisschen. Buk, biduk. Buk, biduk. So. Der Götze. Der Götze an sich ist ja zum einen ein Fußballer. Und zum anderen ist es der Kollege hier. Bups. Einfacher Vandalismus. Egoistisch. Ihr habt ja keine Ahnung, wie lange ich dafür posieren musste. Jo. Da ist die Nase ab. Oh, und was ist denn da drin? Heieiei. Da ist ja tatsächlich noch was versteckt. Das ist ja cool. Die Dumm. Cool. Alles klar. Wenn ich euch besiegt habe, wird die... Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Du hast ihm die Nase gebrochen? Offensichtlich. Mein Kater trinkt gerade aus meiner Tasse. Da er jetzt schon angefangen hat, kann ich ihm jetzt schlecht sagen, dass er es nicht machen soll. Deswegen ist er jetzt gerade... Das Ding habe ich ewig bei dem Götzen gesucht. Na. Wenn man sich das Ding mal ein bisschen genauer anguckt, okay, man kann schon erkennen, dass die Nase da so ein bisschen zerbrechlich aussieht. Aber was soll's. Aber hoffentlich nur Wasser, oder? Ja, ist es nur Wasser. Das ist kein Kaffee, oder so. Es ist... Es ist tatsächlich nur Wasser. Da, da, da. So. Das hier habe ich auch gesehen in dem Video jetzt eben gerade. Dass man hier hochgehen kann und oh mein Gott, hier ist ja was. Cool. Gut. Warum auch nicht? Äh... Spielstand. Nein. Hivery. Genau. Jetzt haben wir das Ausdauer-Ding gefunden. Wir haben den Schmetterling gefunden. Es fehlen immer noch 8 Pages, aber... Na gut, okay. Die werden früher oder später uns schon noch über den Weg laufen. Das ist toll. War hier am Anfang eigentlich noch irgendwas? Was wir noch nicht gesehen oder gefunden haben. Kann man dort hinten hin? Wir können jetzt fliegen. Irgendwie... Scheinbar nicht. Obwohl der lustige Zaun eigentlich vermuten lässt, dass es dort weitergehen könnte. Aber das Spiel will dies offensichtlich nicht und lässt mich jetzt auch nicht mehr zurück. Doch. Huch. Äh... 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 Hey Blasto, wie geht's dir heute? Hm, nicht besonders. Ich hab Halsschmerzen und meine Stimme ist fast weg. Das liegt an deiner Karaoke-Einlage letzte Nacht. Du hast uns alle von den Socken gehauen. Bäh, da bin ich nicht so sicher. Ich glaub, jemand hat eine gelbe Zeitung in diese Richtung geworfen und ich hab sie versehentlich inhaliert. Bäh, ich wünsche es gäbe eine wirkungsvolle Heilung, die mich wieder in Form bringt. Aha. Ich kann atmen, danke. Kein Ding, Blasto. Wusste ich doch, dass es die gelbe Zeitung war. Könnt ihr sie bitte in den Recycling-Container werfen? Machen wir Blasto. Dünn. Ist das hier oben schon? Farbe. Oh, da oben ist ja noch schon ein Ding. Das ist ja cool. Es lohnt sich also, noch mal ins Anfangsgebiet zu gehen. Weil man auch hier noch ein bisschen Quatsch finden kann. Also frage ich mir, ob das damit dann der einzige Quatsch war oder nicht. Aber es steht ja zu vermuten. Viel mehr Pages. Wären dann vielleicht doch zu viel des Guten. Was war das hier? Achso, nee. Das ist einfach nur... Das ist einfach nur der Weg. Alles klar. Und damit wären wir dann wieder in den Highway Towers. Schön. Das war doch mal wirklich, wirklich, wirklich schön. Ich muss jetzt mal ein Wasser aus der Flasche drängen. Und sonst so? Ich bin jetzt im Überlegen, was ich mache. Stream aus. Noch was anderes spielen. Vielleicht ein bisschen um Katze kümmern. Weil Katze irgendwie aufmerksamkeitsbedürftig ist. Vielleicht wäre um Katze kümmern eine gute Idee. Ähm. Nächste Woche können wir dann ja weitermachen. Mit... ...dem Komplettierungswahn hier. Dann können wir versuchen... ...Welt 2... ...von... ...Upa Lady abzuschließen. Das sollte dann ja wohl im Bereich des Möglichen liegen. Mit vereinter Kraft und so. Weiter und so fort. Denke ich mir zumindest mal. Und ja. Ihr könnt dann... ...jetzt an der Stelle den schönen Samstag verleben. Ich weiß noch nicht genau, ob ich dann heute vielleicht nochmal streamen möchte oder nicht. Vielleicht mache ich auch einfach ein paar andere Sachen oder so. Keine Ahnung. Mal gucken. Ich muss mal schauen. Erstmal Katze. Gut. Dann... ...wünsche ich euch noch einen schönen Samstag. Und... ...habt viel Spaß bei... ...was auch immer ihr jetzt macht. Ich... ...hab jetzt auch viel Spaß bei... ...was auch immer ich jetzt mache. Und... ...dann sehen und hören wir uns... ...hoffentlich ganz bald wieder... ...wenn es weiter geht... ...mit irgendwas. Mein Internet geht jetzt gerade sowieso in die Knie, wie ich gerade sehe. Also. Wir sehen und hören uns. Ich sag dann für den Moment erstmal wieder Tschö mit Ö. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald.